Ah ja, der lässt sich echt komisch steuern, du sagst dir gleich. Alter, weißt du wie krass der Splash Damage ist? Ich hau hier gerade die ganzen Leute weg. Alter, gerade drei, vier Leute eliminiert. Herzlich willkommen zurück beim Goldpriester. Wir haben jetzt hier mal ein besonderes Video für euch vorbereitet. Und zwar sind wir jetzt noch in Battlefield 3 rein und haben uns die Karte Sharky Peninsula angeschaut. Ich glaube, die gab es sogar schon zu Battlefield 2 Zeiten. Das Besondere ist jetzt hier folgendes an diesem Video. Und zwar einmal wurde der Heli modifiziert und die Karte hat eine bessere Sichtweite. Und das macht sich auf jeden Fall deutlich bemerkbar. Okay Leute, wenn euch solche alten Battlefield-Videos interessieren, könnt ihr übrigens gerne ein Abo da lassen. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Euer Goldpriester. Ich bin beim Durchgang jetzt ganz vorne. Hier hatte man ja immer die Punkte reingespampt. Oder besser gesagt, hier hatte man blockiert. Ach, hier ist die B-Flagge. Schaut mal hier, die B-Flagge. Da waren immer die Kämpfe früher. Da hatte man immer Klemus hingelegt hier oben. Oh, ihr Gott, hier sind viele Bots gerade. Alter. Wow. Die haben aber auch neue Camo, oder? Ja, mir kommt das auch so vor, als würde die anders aussehen. Aber ich glaube nicht, oder? Doch, doch. Die haben andere Helme und andere Camo. Also die Bots sind sowas von nervig hier, ey. Ne Scheiß. Ich schieße die ganzen Leute kaputt, aber mir geht eher noch die Muni vorher aus. Wo ich die Leute alle da unten bin. Ich habe eine blaue AEK. Was ist denn da AEK? Achso, hier ist so ein Stromgewehr. Ja, ne blaue aber. Ich bin auch der Meinung, die haben auch vielleicht ein paar Camos geändert. Wie ist denn du da? Ach, hier, ja. Ich sehe dich. Guck mal. Guck mal hier. Siehst du das blaue in der Hand? Ja, eben. Hä? Wo kommt die denn her? Ich glaube, die sind so gemoddet. Normalerweise sehen die Waffen so aus, die ich jetzt gerade habe. Die Hunde ist ja noch. Ja, die haben vom Bot, 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 Bot eben geholt. Seit wann haben denn die Bots gemoddete Waffen? Ja, ich weiß. Schämen die sich nicht. Ich wollte mal B, oder lass mal A probieren. Ich würde mal gerne A vorne nehmen. Wie sieht es denn da aus? Ich muss mal A vorne nehmen. Mal wissen, wie es da jetzt aussieht hier. Ey, das ist echt lustig, die Map. Loll, meine Wiederbelebungsding ist pink. Ja, das ist aber ein Bug dann. Junge, Junge, wie viele Bots hier sind, ne? Unvorstellbar. Ach, hier sind die Waffen. Ich habe die auch gerade, die blauen, gesehen. Ja, die Bots haben die fallen lassen. Dann nimmst du einfach die Waffen von den Bots, ey. Eingang zur Stadt bin ich jetzt gerade. Eingang zur Stadt. Aber die Meppe sieht so komisch aus, ey. Ich habe die anderen in Erinnerung. Die haben sich schon ein bisschen angepasst hier in Battlefield 3. Gegenüber Battlefield 2, ne? Schauen wir mal. Eingang zur Stadt kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Heli-Staugung ist echt komisch, ne? War da auch kurz vor uns drin, ne? Oh, Alter, was haben wir denn hier? Eingang zur Stadt haben wir jetzt eigentlich. Ja, die kommen jetzt immer von der anderen Seite. Theoretisch. Siehst du die hier? Siehst du hier die? Oh, warte. Was? Ja, ja. Ah, die sind ja... Hä, die sind pink, lol. Das ist auch gemoddet, hä? Aber die haben das gemoddet. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass das blau war früher. Hier geht's gar nicht nach oben. Guck mal. Da ist der Sniper, der Sniper. Lass mal in die Mitte gehen hier. Och, hier sind sie. E heißt das, ne? Ne, was ist denn das hier? B, oder? Guck dir mal das Haus an. Hier ist alles zerstört, ne? Oh, der ist ein Gegner. Ich bin jetzt hier ins Haus reingegangen. Hier ist alles zerstört, ne? Schon. Ja, der Bot schießt ihn unten und versucht, ihn zu töten. Ja, ja. Die sind so viele Bots, ey. Krass. Was bin ich denn eigentlich? Ach, ich bin hier im Panzerabwehr. Wie kommen wir denn da hoch? Ich bin hier gerade hochgelaufen. Achso, hier, da gab's ne Treppe. Krass, hier. Ah, die Map ist schon ganz nett. Also, das ist so ne Stadtmap. Ja, aber die gab's glaube ich so nicht. Oder? In Battlefield 3. Doch, ich würde denken, oder? Achso, in Battlefield 2 gab's die auch. In Battlefield 2, ja. In Battlefield 3 nicht. Ich doch, ich würde denken, oder? Also, die sieht eigentlich fast genauso aus. Ja, die sieht aber nicht so aus, als wäre die, äh... Als wäre die, äh, von Offizier Battlefield. Jetzt hat mich einer gemessert, Alter. Geht's noch? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also, die Map hab ich auf jeden Fall. Battlefield 2 gab's die. Ah, da unten. Die ist ganz an der Seite unten. Da gab's früher mal eine Mainz-Video. Könnt's, kennst du das überhaupt noch? Mhm. Mainz-Video hatten sie da früher mal gedreht. Ja, ich kann nicht. Und da wollte ich mal gucken, nämlich, da ist es nämlich gedreht worden. Das ist eindeutig, die Map. Oh, haha. Das, 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 das geht gleich ein, wahrscheinlich. Oh, hier ist gefährlich. Oh, hier ist ein Pool hier unten. Cool. Ha, guck mal, der Pool ist ja auch noch da. Genau, der Pool war auch noch da. Stimmt. Hier ist ein Pool, nämlich, geil. Ich schau mal mal, ob's das hier noch gibt mit den Mainz. Das würde ich mir nämlich mal angucken. Theoretisch war hier ein Gebäude? Nee, also bei Hotel C war noch eigentlich ein Gebäude extra. Ach, da drüben ist es auf der anderen Seite. Ach, hier war so ein Riesenhochhaus. Daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran entsinnen. Das ist gut zu warten, weil hier sind gerade Leute, die erobert sind. Ich hab mich jetzt nicht mehr gesehen, komischerweise. Ach doch, da bist du. Sind das Fünf-Mann-Squads oder vier? Ich glaub, das sind Fünf-Mann, ne? Unendlich, glaub ich. Oder unendlich, ja. Irgendwas stimmt da nämlich auch nicht. Hab ich mich auch gerade mitbekommen. Nee, das haben sie extra so gemacht, damit die Leute halt auch irgendwelche... Ach, hier ist das Mainz-Gebäude. Guck mal, Hindenburg, ich bin hier bei dem Mainz-Gebäude jetzt. Hier war das, wo ich jetzt gerade bin. Wenn das das ist, ja, hier ist das. Hier haben die sich dann vom Hochhaus gestürzt, wo ich jetzt hier gerade bin. Und dann haben sie rumgeschrien. Ach, das ist ein bisschen anders gemacht, hier das Gebäude, wo ich gerade bin. Das ist ein bisschen anders aufgebaut. Das war zur, bin ich der Meinung. Das ist hier viel zu offen. Ja, ich glaube, das war ein bisschen anders noch. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher, muss ich sagen. Ja, also... Boah, Alter! Ich hab die angeguckt und dann plötzlich, äh... Plötzlich kam eine RPG geflogen. Ja, die Schüsse connecten ja echt ein bisschen komisch trotzdem, aber muss ich mal sagen, ne? Nee, die haben extra gewartet, bis ich eingeschieben bin. Oh, ich bin hier gerade im Pool, Mann. Ich will jetzt mal warten. Hier ist ein Pool, ey, so geil. Ja, lass die. Lass mal G gucken, dass wir das nochmal kriegen. Schaut mal, das Gebäude haben sie ja auch komplett gecrasht auf der rechten Seite. Ja, wie gesagt, die... Das war nicht so gewesen, wie es, äh... Die Map gab's, glaub ich, nicht. Ja, so in Battlefield 2, aber hier in 3 wahrscheinlich nicht. Das kann schon sein. Ja, bei 2 gab's die, aber bei Battlefield 3 nicht. Echt? Da haben sie die wahrscheinlich so nachgebaut, das kann schon sein. Ist das wenigstens ein Muni-Pack? Nee, das ist ein Medi-Pack, ne? Oh, Alter! Hier kommen ja noch da, Alter! Ja, ich weiß auch nicht, hier sind so viele. Müssen wir uns mal den Weg freimachen, erst mal. Wo war denn hier eigentlich die Flagge? Ganz oben oder unten? Ja, hier unten, hier unten, ne? Äh, hier unten war die noch, ja. Ich wollte gerade sagen, oben ist ja nur der Heli und hier unten sind die Tybis, ne? Oh, hier ist ein Raum mit einem Bild, Bild, Bild. Ach, das ist ein TV-Sender gewesen. Das ist immer. Kannst du bei mir nach-choinen wieder? Der hat gerade gesagt, Granate, Blachika oder so, irgendwas. Blachika? Ja, ich habe keine Ahnung, was der labert. Ey, Goldfinger, guck mal zu mir. Sieht bestimmt cool aus, oder? Ja, hier war ein Computerraum. Ja, nee, das war nicht so. Wartig. Also, die Boards, wie die hier rumlaufen, ich finde das echt suspekt. Ach, hier hast du so eine Plattform. Aber ich bin der Meinung, dass die die Map schon ein bisschen optimiert haben oder anders gestaltet haben, ja. Ah ja, der lässt sich echt komisch steuern, du sagst dir gleich. Alter, wie sieht denn das Damage aus? Warte mal, ich bin gerade drinnen und freue ich gerade und kriege hier, ja, hier kannst du landen. Aber warte mal, hier ist ja nichts. Aber sag mal, wie ist denn das mit den, mit den, mit den Splash-Damages? Ich gucke hier gerade. Das ist ja voll komisch, Alter. Krass. Hat man auch eine TV-Rakete? Stimmt. Nee, geht aber nicht. Alter, weißt du, wie krass der Splash-Damage ist? Ich hau hier gerade die ganzen Leute weg. Alter, gerade drei, vier Leute eliminiert. Jetzt weiß ich wieder, warum die ganzen Leute im Heli waren. Sogar. Alter, wie krank ist das denn? Boah, jetzt mal ohne Scheiß, der Splash-Damage geht ja übelst ab, ey. Aber du hast keine TV, ich glaube, die kriegst du erst freigeschalten oder so. Du musst erst freischalten oder so. Boah, was will ich denn hier? Cool. Boah. Boah, ist das krass. Ey, die ist so krass. Und der Sound, ne? Das ist nur, ich habe eine Panzerwaffe da dran. Ja, das ist eine Toe, ne? Wahrscheinlich hast du die jetzt. Alter, was war das denn? Ja, das ist meine Waffe. Ach, das ist deine Waffe und du hast gerade Flares abgeschmissen, ne? Oder? Das war so ganz komisch gerade auch mit den Flares. Junge, Junge, was geht? Ja, das ist irgendwie so eine ganz komische Waffe. Aber das ist doch auch schon wieder komisch, oder? Ich bin cool. Das ist wie so eine halbe TV-Rakete. Ich glaube, das ist ein bisschen gemoddet, ne? Ja, die gute alte Sharky-Map, ey. Aber echt mal geil, wie geil. Diese Kanone macht so einen Spaß, mit der ich gerade vorher hier. Und hier, die ganze Baustelle haben wir immer früher hier gebombt, ja. Jetzt haben wir, glaube ich, die ganze Map fast schon eingenommen. Ah, die sind C. Ich glaube, die sind alle C. Die NPCs, oder? Ein paar zumindest. Alter, wie sieht es denn hier aus? Ja, es ist wirklich alles zerstört, ne? Du kannst so viel zerstören, ne? Was sagt ihr das? Oh, Alter, hier geht alles in die Luft. So krass, ja. Aber das ist schon nicht schlecht mit dem Heli, ne? Ah, Alter, so krass. Vor allem der Splash-Damage von der Kanone, die ich hier gerade habe. Oh mein Gott. Ja, ist nice, ne? Ja, echt mega. Und vor allem, das sieht so klar aus, die Map. Die haben sie ja, wie gesagt, so optimiert, dass du jetzt Messer das siehst, ne? Alter, wie weit die geht. Alter, ich habe hier gerade übelst die Leute gekillt. Krass. Ich habe ständig gegner eliminiert. Uah! Nein! Okay, das war nichts mehr. Ja, du darfst da nicht so rumeiern. Also, wie du geflogen bist, war eigentlich ganz gut. Ja? Wir leben noch. Ne, doch nicht mehr. Schade. Okay, ich bin mehr. Äh, so wie du geflogen bist, war ganz gut. Du kannst da nicht so viel rumschwenken. Ah, die lässt sich ja nicht so gut steuern. Aber wir hatten übelst geilen Damage gerade. Für Platz 1. Wir gehen mal eh raus, würde ich sagen. Gucken wir nochmal. Ah, schade, das war's. Ah, schade. Ah, das ist da in die Map von nicht gar nicht mehr so schlecht. Okay. Ah, schade, das war's.